Bei der Verwaltung von Prozessen in Betriebssystemen wird für jeden gestarteten Prozess ein separater Prozesskontrollblock angelegt. In der Prozestabelle befinden sich dann alle Prozesskontrollblöcke praktisch untereinander. Wie das auf einem Linux-System aussieht, möchte ich jetzt einmal kurz zeigen, denn der große Vorteil eines Linux-Systems ist ja, dass es quelloffen ist, dass man also direkt die Quelltexte einsehen kann. Und ich starte hier mal ein installiertes Ubuntu-Linux und werde zunächst einmal dafür sorgen, dass ich hier in einem X-Term arbeiten kann, also ein kleines schwarzes Fenster bekomme. Da machen wir mal die Schriftart ein bisschen größer. Okay, so und bevor wir jetzt reinschauen können, die Quelltexte von Linux, müssen wir erst einmal dafür sorgen, dass die Quelltexte überhaupt zur Verfügung stehen. Und das ist nicht automatisch der Fall, sondern man muss zunächst einmal die ganzen Quelltexte installieren. Dazu gibt es einen Befehl, sudo gibt mir die entsprechenden Rechte, apt-get install und dann linux-source. Sudo Passwort wird hier verlangt. Ja, du darfst installieren. Und jetzt dauert es einen kleinen Moment, bis alles heruntergeladen ist. Jetzt ist er fertig und wir können wechseln in ein Verzeichnis und zwar unter usr-src. b, dort gibt es ein Unterverzeichnis Linux-source, also auch da noch einmal hinein. Linux-source gefolgt von der Nummer des Kernels, alles klar, da sind wir drin. Und hier haben wir jetzt eine Datei.ta.bz, endet sie, das ist ein komprimiertes Archiv. Das müssen wir erst einmal auspacken. sudo gibt wieder die Rechte, b, ansip2, ist hier das Tool zum Entpacken. ansip2, da habe ich mich vertippt, ansip2, so ist es richtig. Auch das ist fertig, hat einen Moment gedauert, wir gucken rein und wir haben jetzt nur noch die Datei mit dem Ende tar. Also können wir jetzt auch hier das Archiv auspacken. Dazu gibt es das tar-Kommando, minus xvf und los geht's. Auch hier sind wir fertig mit dem Entpacken. Und jetzt haben wir hier ein neues Verzeichnis bekommen, in das wir einmal wechseln können. Linux-source und so weiter. Genau, hier gibt es das Unterverzeichnis include. Und unterhalb von include gibt es noch das Verzeichnis Linux, ganz genau. Und hier in diesem Verzeichnis haben wir jetzt ganz, ganz viele Dateien. Und zwar eine Datei heißt scat.h. Das kann ich mir mit dem less-Kommando einmal anzeigen lassen. scat.h. Und in dieser Datei finden wir irgendwo in den Tiefen dann die Deklaration eines Prozesskontrollblocks unter Linux. Und das heißt hier taskstruct. Das ist schwierig zu erkennen in dieser schwarzen Ansicht. Da können wir uns mal lieber ein anderes Programm nehmen. Gucken wir mal nach. Da hatten wir gesagt unter usr.src. gibt es hier die Linux-source, dann gibt es hier nochmal Linux-source, dann gibt es include, da ist es, und es gibt Linux, da ist es. Und jetzt muss hier auftauchen die Datei scat.h. Gucken wir mal, weiter unten muss das sein. Weiter unten muss das sein. Da sind wir schon ein ganz kleines Stückchen zu weit, nochmal ein bisschen höher. Da ist sie. Da ist die scat.h. Doppelklick. Dann öffnet die sich hier in einem kleinen Editor. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen nach unten gehe, na, den mache ich erstmal ein bisschen größer. Wenn ich jetzt mal nach unten gehe, bis in die Zeile 1043. Oh, da muss ich ganz schön weit nach unten. 1043, hier kommt es langsam. Dann beginnt hier an dieser Stelle die Deklaration der Datenstruktur TaskStruct. Und das ist der Prozesskontrollblock, so wie er von Linux im Kernel verwendet wird. Wenn man sich jetzt einmal vorstellt, wie eine normale Tabelle aussieht, und wir uns dann vorstellen, dass das unsere Prozesstabelle ist, dann ist der Zusammenhang zwischen diesem TaskStruct, also zwischen dem Prozesskontrollblock und der Tabelle wie folgt. Jede einzelne Zeile in der Tabelle entspricht einem Prozesskontrollblock. Und die Deklaration hier, dieses TaskStruct in Linux, sagt im Grunde aus, wie lauten die Spaltenüberschriften der Tabelle. Und die Deklaration hier, dieses TaskStruct.